Hallo zusammen und willkommen zu einer weiteren Runde Black Shops. Was? Nein, Black Shops 2. Ich nehme es auch liebevoll Black Cocks 2. Genau. Und wie man hören kann mit German Let's Play, Abschluss bestätigt. Und wir nehmen beide dieselbe Klasse, wir sind absolut gleich. Ja, außer dass ich keinen Penis vor meinem Namen habe. Warum hast du so einen Stern hinten dran? Keine Ahnung. Ach, weil du der Führer bist, ne? Ich bin der Führer. WTF. Oh, da geht es auch schon los. Oh mein Gott. Jemen, Insel Sokotar. Ich nehme den GLP-Klon mit der Vector Cut 10, Reflexvisierung, Vollmantelgeschoss. Penis. Nur, dass das bei mir nicht Klon heißt. Sondern echt. Let's Play. Ja, genau. No fake. Bist du in meinem Team? Ah, hinter dir. Ja, wir sind zusammen. Ich höpfe ein bisschen, damit ihr uns seht. Ich auch. Oh, oh, oh. Wir haben den Follern erwungen. Hinter dir, hinter dir. Okay, tot. Hä? Nein. Nein. Windows Farbschema schon wieder. Ich lebe aber noch. Oh, hallo. Ich kann dir gleich mal zeigen, wie man das ausmacht. Ja, mach mal. Weil das total unnütz ist. Ich bin fast daneben gesprungen. Vorbeigejumpt. Ja. Das war auch noch nie passiert. Witzig. Oh. Hat ihn getötet. Und du bist auch tot. Ja, wie immer. Ja, ich muss sagen, die letzten Spiele werden immer schlechter. Ma. Äh, mal eben zu meiner Verteidigung. Ich habe das Spiel auch jetzt schon länger nicht mehr gespielt. Rausreden. Genau. Da habe ich noch einen gefickt. Alter, die haben alle Waffen. Echt? Die wollen mich alle töten. Ja, wa. Ich bin in der Luft gestorben. Wovon denn? Da ist einer mit einer goldenen Sniper. Du weißt, was das heißt? Nee. Der trifft dich überall. Okay. Wow, Hunter-Killer-Drohne lohnt sich ja richtig. Ach Mist, wir haben unsere Sachen gar nicht angeglichen. Ach stimmt. Stimmt. Unsere Belohnungen. Das ist gar kein Klon. Obwohl, ich erreiche eh nie. Ich kann froh sein, wenn man eine Drohne hat. Ja, ey. Das ist so berstig eklig. Was soll denn das? Da fand ich MW3 echt noobiger. Besser. Was? Ja, da konntest du, wenn du stirbst, noch weiter sammeln. Ach so, ja klar. Weil es dann eine Option gab. Richtig. Hm. Verteidigungsdingens. Da konntest du entscheiden, ob du ein Noob bist oder ob du gut bist. Ja, noob natürlich. Ja, eben. Ja, komm. Feindliche Fernlenkladung im Umsatzgebiet. Oh, feindliche Fernlenkladung. Ja, klar. Also irgendwas haben die doch hier gepatcht. Ich bin immer instant tot. Ja, der Kopf, der ist jetzt anfällig in Schüsse. Ach, vorher nicht oder was? Ist jetzt neu. Mah, so ein Homo. Ha, 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 geklaut. Boah, wie wir uns beide hingelegt, da haben der Noobie. Oh, WTF. Was war das? Ey. Ah. Oh. Ich bin hinter dir. Oh, oh. Hallo. Hi. Pass auf, das ist ein Sniper. Pass auf. Da bist du tot. Wie du da wartest. Ja. Ja, pass auf, ich ampfel hier nur einmal rum. Guck, ich spring. Nö. Ach, ne, Sniper ist wieder weg. Ja, danke. Hinter uns war einer. Ja, den hab ich. Ach so. Sehr schön. Da war noch meine Mine. Volltreffer, ich hab jemanden getötet. Mit deiner Waffe? Ja. Ich seh dich, ich bin hinter dir. Wow. Toll, ich hab noch ne Assist. War mein Kill? Nee, oder? Maybe, komm hier rüber. Ja, lauf vor. Da ist er. Da ist ein Sniper. Ah, neben dir, hinter dir, vor dir. Oh, ich dachte, wer hier? Er hat mich von hinten gemessert. Das war der Wichser. Oder ein Nacken. Bist du hinter mir? Weiß ich nicht. Mich siehst du, der Name steht über meinem Kopf vor mir. Ach so. Äh, wo kann man Partychat anmachen? Ja, genau. Wo geht Partychat an? Da warst du ganz klein. Die Aussage ist schon, wie alt? 2000. 2000? 2000 wahrscheinlich echt, ne? So die Richtung. Na doch, man könnte hinkommen. Von Ragnarok. Ja. Müssten wir mal irgendwie... Du, da steht ja bestimmt noch das Datum dran, oder? Bei deinem Screenshot. Ja, das Bild ist auch auf meiner Website, ne? Echt? Ja, klar. Das hab ich mir bestimmt schon mal gesagt, aber hab ich mittlerweile schon wieder vergessen. Der ist auch schon ewig gerade noch auf meiner Website davon ab. Warum? Ja, einfach nur mal so. Weil ich da mal zeigen wollte. Super. Du kannst mich doch nicht so entblößen. Vor allem, weil man einen Relive-Kopf da sieht. Ja. Das sieht man mich eins zu eins. In Ragnarok. Genau. Mit dem Namen sogar drüber. Ne, warte, ne. Du hießt ja noch anders, ne? Ne, das ist zensiert. Glaube ich, oder? Ne, ich hab den so geändert, dass der wieder passt. Achso. Alter. Alter. Du weißt, da weht nichts wieder wie. Oh. Ich bin nur am abkacken. Hörst du auf, mich hier abzulenken? Verwickelt mich hier in Gespräche, damit ich mich nicht konzentrieren kann, weißt du? Ja, klar. Ey, nein! Ich hab den Chat angemacht. Ein Gegner stand vor mir und ich mach den Chat dann und kann nicht mehr ballern. Den Party-Chat? Ja, genau. Jetzt, heute weiß ich, wie man den dann macht. Ja, genau. So ein Homo-Sniper wieder, ne? Wie er da abgammelt, ne? Guck dir mal den Sniper an. Krass. Ich guck gleich mal deine Mutter an, ey. Ja, muss ja nur im Schlafzimmer gehen. Ne, die ist Orbeiden. Orbeiden? Orbeiden. Ich hab einen getötet. Alter. Oh, da war einer. Können wir mal bitte eine andere Map spielen, jetzt so? Jetzt sofort? Ja, jetzt sofort. Ja, er ist tot. Was geht denn hier ab? Da ist ein feindlicher AGR, der da rumfährt. Ah, ich seh sie. So, hier bin ich gerade gestorben. Meine Leiche ist schon weg. Das ist auch geil. Bist du da mal runtergefallen? Ne, noch nie. Aber gerade fast. Da unten ist Wasser und da fällst du nicht rein, sondern du fällst drauf und stirbst. Geil. Ah, Wasser. Mein Gott. Das ist ja wieder so ein Mist geboten, Sniper. Ich hab jemanden getötet. Ja. Du auch? Erstmal nach 10 Runden. Mein Gott. Meine Güte. Dieses beschissene Teil da. Ja, klar. Das kleine Autoding da, das kann ja sogar irgendwas wegsprengen. Das wusste ich gar nicht. Ja, du hast ja keine Samtex. Die könntest du da schön draufkleben. Aber eine Sprengladung. Geht auch. Und ganz viele Kugeln mit Vollmantelgeschoss. Oder so, ja. Oder geil. Allerdings hat er dich da schon ganz lange getroffen. Mein Gott, war das schlecht. Aber trotzdem ging's. Nein. Toll. Und ich war schon auf der Messertaste, ey. Hast du aber nicht durchgedrückt. Boah, jetzt hab ich die Gegend eingeschmissen und die kam zurück. Zwei hintereinander getötet. Yeah. Double kill. Hi. Warte, ich komm hinter dir. Ja, ich opfer mich für dich. Bin hinter dir. Drei getötet. Alter, ich will die Punkte haben. Ist ja aber nur eine Marke. Wow, nein. Aber was hat denn? Das ist dann auf Band. Hier so ein scheiß Auto hat sich halt in die Luft gesprengt. Ach so, geil. Genau drauf gejumpt. Ne, ich hab raus... Abschuss besteht. Ich hab zwar rausgeguckt, aber im kurzen Nachbieter nicht. Oh. Drohne steht bereit. Ich hab ne Drohne. Sieht so cool aus, Mann. Oh, cool. Abschuss besteht. Oh, ich hab Vorräte. Vorräte erwarten Befehle. Oh mein Gott. Wir kommen Gälder. Ja, und vor allem immer aus irgendwelchen Löchern. Was ist denn los? Guck auf die Karte. Die sind alle da. Nein. Abschuss bestätigt. Boah. Alter. Hätte ich nie Ja gesagt, Peter. Die Runde ist so frustrierend. Der schläft nichts. Lörst doch. Ey. 15 zu 23. Geil. Weil die Steppen. Ich glaub hier steht der Ding zwar scheiße, aber zumindest steht's da. Ja klar, von hinten in den Kopf rein. Kack, Sniper. Ah, der wird aber nie, der wird vom Geschütz, ey. Oh, falscher Knopf. Geschützabschuss. Oh nein. Oh, nee. Die Zeit ist fast um. Hä? Sind denn die? Meine Vorräte landen jetzt irgendwo auf dem Bär. Oh, doch nicht. Drei Leute vor meiner Tür. Feindliche Truppen haben das Geschütz zerstört. Orbital-Satellit. Orbital-Satellit in der Reichsschaft. Bedrohung neutral. Hm, klar, 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 hm, klar. Bäm. Ich könnt kotzen. Wat, wat isch der los? Ja, guck doch mal. 15 zu 26. Wann war ich jemals so schlecht? Oh, ich hätte mich fast noch rausgerissen. Was? Ja, warte. Wie viele, wie viele, äh, hier, wie heißt das, der Team verlassen haben. Ja, ist doch klar, bei dem, vor Kacken-Sniper, hör mal, lass mal eine andere. Ja, lass mal raus und, zumal, das ist ein Clan, seh ich gerade. Ja, toll. Dafür war ich immer gut. So. Mit Party. Ach man, oh, Lobby und Party verlassen. Warte, Freunde. Warte, nein, ist doch erneute. Party-Verbindung. Oh, geht das? Ja, wenn du da mal drückst. Na toll, jetzt bist du raus. Musst nochmal joinen. Oh. Oh. Oh, warte mal kurz. Geh mal, let's play. Geh mal, let's meal. Hä? Warum lädst du mich ein? Weil ich offline bin. Okay. Ich bin der Party-Mann. Wollen wir mal eine Special-Runde machen, wo wir unsere Waffen upgraden können. Waffenmeister oder wie das heißt. Ja, ich melde dich aber jetzt erstmal. German let's play mailen hat mich beleidigt. Wann denn? Welches Spiel möchtest du denn haben? Ja, Waffenmeister. Ja, wie heißt das hier in dem Puff? Waffenmeister ist Battlefield. Ja, keine Ahnung. Guck dich um. Ich bin ja kein Admin-Leader. Ja, jetzt ist doch kein Admin mehr, weißt du. Jetzt bin ich kein Admin mehr. Kampftraining, dat. Kann ich schon noch nicht. Steht doch dran. Bonus? Steht doch dran. Wie heißt das denn? Ja, keine Ahnung. Boden krieg... Nein, Springkommando auch nicht. Ich denke, das ist in einem ganz anderen Tab. Du bist ja gerade bei normal. Bei Standard bin ich, ja? Ja, das ist glaube ich schon falsch. Okay, ich bin bei Hardcore drin. Hardcore sind definitiv auch nicht. Kampftraining? Vielleicht. Geht nicht mehr, weil man da nur bis Level 11 rein kann. Sie können aufsteigen und Waffen-EP verdienen. Hä? Nee. Warte, lad mich nochmal einig. Partyspiele. Guck mal kurz. Ah, hier. Bonus. Waffen-Spiel habe ich. Waffen-Spiel habe ich.